Guten Tag, guten Tag, guten Tag allen, allen, die heute teilnehmen an diesem Webinar. Ja, heute bin ich sehr stolz darauf, hier Moderatorin sein zu dürfen. Wir haben ein ganz interessantes Programm für Sie heute vorbereitet mit ganz vielen Neuigkeiten, mit ganz vielen Nachrichten. Alle, die an dieser Veranstaltung teilnehmen, werden viele neue und interessante Dinge erfahren. Dann, ja, melden Sie sich bitte, dass Sie da sind, dass Sie alles gut hören. Legen Sie ein Stück Papier und einen Stift zur Seite, damit Sie wichtige Sachen notieren können. Ja, nur einige Worte zur Person. Mein Name ist Lili Do. Ich bin ursprünglich aus Vietnam, lebe in der Slowakei. Aktuell arbeite ich mit einem Team in Deutschland. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich Teilnehmerin bin bei der Gemeinschaft Average, bei der MLC. Das ist für mich ein großer Schritt gewesen, ein großer Fortschritt in meinem Leben. Ich bin wirklich stolz darauf, Teilnehmerin von MLC sein zu dürfen. Ich bin seinerzeit ausgestattet worden mit dem Zertifikat Meisterprofi. Das war für mich ein sehr bedeutender Kurs. Ich konnte dank diesem abgeschlossenen Kurs viele Träume in Erfüllung gehen lassen. Ja, ich bin MLC-Trainerin. Ich kann ganz schön aufpassen auf meine Einnahmen und Ausgaben. Jetzt kann ich ganz gut Finanzpläne für mich persönlich erstellen, auch für die anderen. Und das ist natürlich eine total super interessante Sache. Ich hoffe, das wird Sie auch interessieren. Noch eins. Ich bin seit neuerem Mitglied der Vereinigung Generäle der Welt für den Frieden. Egal wo ich bin, sage ich immer, ich bin glücklich, dass ich mich entschlossen habe, mich Everreach anzuschließen, dass ich beschlossen habe, MLC-Trainings mitzumachen als Teilnehmerin und als Trainerin. Nun werfen wir einen Blick auf das Programm von heute. Wir hören uns die Firmenpräsentation Everreach an und im zweiten Teil erfahren wir die aktuellsten Nachrichten aus der vergangenen Woche von unserem Unternehmen. Ja, das wird ganz inhaltsreich sein. Bevor wir das Programm vorstellen, möchte ich beginnen, möchte ich in einem unserer Lieder vorstellen. Ich respektiere diese Person sehr. Ich habe Alena zweimal in Dubai erlebt. Sie ist wirklich eine sehr erfolgreiche Business Lady. Sie hat ihr Leben auch kräftig verändern können. Sie glänzt immer auf der Bühne. Wenn ich Sie sehe, träume ich davon, so erfolgreich zu werden wie Sie. Ja, wollen wir Sie begrüßen. Wir hören uns Ihre Präsentation an und wir werden verstehen, warum Sie so erfolgreich wurde, warum Sie solche große Höhen in Ihrer Karriere also nachdem Sie uns erzählt, was für Sie so wichtig war. So, schreiben Sie wieder Ihr Pluszeichen als Gruß-Symbole für Alena. Alena, Sie haben das Wort. Ja, Lili, vielen herzlichen Dank. Wissen Sie, bevor ich beginne, möchte ich gerne wissen, ob Sie mich gut sehen und hören können. Einfach Pluszeichen. Ja, vielen Dank, Vera, Raisa, Galina und auch alle anderen, die es mir so schön bestätigt haben, dafür, dass Sie heute hier sind mit mir und mit Briana, die als Nächste reden wird. Wie Lili bereits sagte, ist in diesem Leben nichts von ungefähr. Nichts in diesem Leben ist zufällig. Ich bin im Unternehmen seit einiger Zeit und wissen Sie, ich bin dem Unternehmen stets dankbar für die Kenntnisse, für die Informationen, die ich hier habe erhalten können. Zunächst habe ich mich registriert im Jahr 2014, aber so richtig voll dabei bin ich seit 2017. 2017. Warum? Ja, weil ich einfach fix und fertig war von dem Leben, das ich früher führte. Verstehen Sie mich richtig? Mein früheres Leben hat mir tatsächlich Spaß gemacht, aber ich fand mich in einer Situation, wo ich keine Freiheit, keine Möglichkeit zur Wahl hatte. Sie haben sich wohl in der letzten Woche das Firmenwebinar angeschaut. Wir wissen alle, was in der Welt los ist. 2017 hatte ich auch schon ein paar Schwierigkeiten und ich verstand damals schon, dass etwas anders gemacht werden musste. Also ich wollte durch die Welt reisen. Ich wollte etwas Gutes für die Menschen tun. Ich wollte ein gutes Beispiel sein für meine Tochter. Ich bin Mama und ja, ich habe festgestellt, ich will was anderes. Und wissen Sie, wenn ich dasselbe tue, immer wieder, dann kommt nichts Neues. Da kann man nicht mit wirklich anderen Ergebnissen rechnen. Heute möchte ich Ihnen erzählen, ich möchte Ihnen die Average Firmen Präsentation vorstellen. Ich hoffe, Sie sind da, Sie sind hier zusammengekommen, weil Sie tatsächlich wollen, dass Ihr Leben sich verändert, dass Sie eine Hinterlassenschaft vorbereiten können, ein Erbe, dass Sie anderen Menschen helfen können. Ich habe eine riesige Organisation auf die Beine gestellt, wo ich viele Partner habe, die übrigens mir sehr dankbar sind für die eingeräumte Möglichkeit. Wir verändern hier das Leben der Menschen. Sie lernen hier groß, wirklich mit großem Ausmaß zu träumen. Sie lernen hier, wie Sie das Leben bekommen, das Sie sich wirklich wünschen. Ich möchte Ihnen gemeinsam mit Briana ganz hervorragende Informationen mitteilen. Schauen wir uns das Programm meines Trainings an. Heute sprechen wir über Cashflow Quadrant. Ich bin davon überzeugt, dass alle von Ihnen wissen, worum es sich dabei handelt. Wenn nicht, dann werde ich Ihnen noch erzählen, wo Sie die entsprechenden Informationen finden können. Wir werden darüber reden, welche Schritte unternommen werden müssen, wenn Sie Unternehmer werden wollen, wenn Sie andere Ergebnisse in Ihrem Leben sich wünschen. Die nächste Seite bitte. Ja, lassen Sie mich wissen, ob Sie das Buch von Robert Kiyosaki gelesen haben und wenn Sie wissen, was Cashflow Quadrant ist. Wenn ich persönlich mit Menschen rede, ist das nämlich das Erste, womit ich beginne. Also ich empfehle jedem, dieses Buch zu lesen, denn es macht einfach Augen auf. Und nachdem man das Buch gelesen hat, sieht man sofort, welche Fehler man im eigenen Leben begangen hat. Und Robert Kiyosaki schreibt in seinem Buch über vier unterschiedliche Gruppen von Menschen, die unterschiedlich ans Geld kommen. Und der Großteil der Menschen, die sich befinden in der Riege der Arbeitnehmer und Unternehmer, die gehören zu den Menschen, die ihre Zeit einfach verkaufen fürs Geld. Schreiben Sie bitte im Chat, wenn Sie zu solchen Menschen erzählen. Sie müssen morgens früh aufstehen, sie müssen sich begeben zur Arbeit, sie beziehen ihr Gehalt, sie begleichen ihre Rechnungen und das wiederholt sich immer wieder. Und so kann es Jahrzehntelang weitergehen. So was im Leben unserer Eltern, unserer Großeltern. Und wissen Sie, dieser Zyklus wiederholt sich. Dieser Kreis dreht sich immer wieder und es sieht sehr danach aus, dass Sie ein solches Leben auch Ihren Kindern weiter empfehlen. Sehen Sie zu, was in der Welt jetzt sich abspielt. Angefangen von Kriegshandlungen bis hin zu wirtschaftlichen Turbulenzen. Die Preise gehen in die Höhe. Die Löhne werden gar nicht so schnell angepasst. Die Inflation wird wild. Und die Menschen sind einfach auf der Strecke geblieben. Sie wissen gar nicht, was sie tun sollen. Sie haben immer weniger Geld zur Verfügung. Also Cashflow-Quadrant sagt uns, wie man Investor, wie man Geschäftsmann wird, wie man Geld anders verdient. Und das ist etwas, wovon auch unser Geschäftsmodell MLC handelt. Wir haben hier keine Grenze nach oben, was man so verdienen kann. Je stärker man sich bemüht um das Geschäft, desto mehr hat man im Gegenzuge. Ich möchte auch gerne sagen, ich kenne Menschen, die sich geschäftstechnisch betätigt haben. Aber aufgrund der politischen Situation müssen sie sich auch warm anziehen. Die Geschäftsleute sind ihr Geld los. Sie haben investiert in das eigene Business, in das eine Business, in das eine Geschäft. Sie haben nie an Diversifizierung gedacht. Und jetzt sind sie pleite gegangen. Wir bringen ihnen bei, wie sie Investor werden können. Sie müssen verschiedene Einkommensquellen sichern. Sie investieren, sie beziehen Geld aus verschiedenen Quellen. Ich würde jedem sehr nachdrücklich empfehlen, zu wechseln zu Investoren, zu Geschäftsleuten, damit sie wirklich ein freieres Leben bekommen. Ich empfehle ihnen außerdem auch das Buch zu lesen, Quadrant, Geschäftsblock Quadrant. Die ersten Schritte eines Unternehmers. Sie lernen irgendwann oder sie fangen an zu lernen, wie man Unternehmer wird. Und man stellt fest, Investition bedeutet nicht Geld sofort wiederhaben und zwar vermehrt. Geld sammelt sich schon aber von Jahr zu Jahr. 2017 habe ich persönlich begonnen, angefangen mit der Entwicklung meines Geschäfts innerhalb von Average. Das heißt, wir fangen damit an, dass wir unser Geschäft entwickeln. Wenn Sie bereit sind, Unternehmer zu werden im MLC Business, wenn Sie bereit sind, Geld zu verdienen. Wenn Sie außerdem noch das Leben anderen Menschen beeinflussen wollen, dann wäre das etwas für Sie. Ich hoffe, dass alle, die mir zuhören, schon registriert sind. Also wenn es noch nicht der Fall ist, dann tun Sie das schnellstmöglich. Wir hatten in der vergangenen Woche eine Präsentation. Wir hatten auch Präsentationen, die früher stattgefunden haben. In unserem Ökosystem, in der neuen wirtschaftlichen Evolution der Welt, auch im Average-Ökosystem, haben wir viele verschiedene Produkte. Angefangen von Eversent über das Geschäftsspiel, Planspiel Genie der Finanzen über Akademie für Privatmestoren. Also ganz, ganz viele Produkte. Sie suchen sich eins aus, das Ihnen am besten gefällt. Mir gefällt zum Beispiel momentan am meisten das Projekt Eversent. Ich kaufe die Produkte, ich lerne die Materialien gemeinsam mit Ihnen und auf dieser Grundlage kann ein großes Business aufgebaut werden. Das ist ja mittlerweile eine bewiesene Tatsache. Also man kann nicht geschäftlich erfolgreich werden, wenn man das Produkt nicht, das eigene Produkt nicht kennt. Das ist der Schritt Nummer eins. Der Schritt Nummer zwei. Sie kaufen das Produkt, das Sie anspricht. Ja, wie baut man das Geschäft auf, wenn man bei Null beginnt? Ja, vielleicht können Sie auf bestimmte Erfahrungen schon zurückblicken. Vielleicht auch nicht. Aber Sie brauchen Menschen, die tatsächlich sehr eifrig sind. Sie müssen auch selber willestark sein. Sie müssen Menschen haben, finden, die etwas in diesem Leben wollen und die sich etwas beibringen lassen. Viele Menschen schauen sich meine Posts in den sozialen Netzwerken an und fragen Verschiedenes. Und ich sage immer, ja, was wollt ihr in ihrem Leben? Wollt ihr ihr Leben verändern? Wollt ihr ein Vorbild sein für die eigene Familie? Vielleicht wollt ihr diese Welt beeinflussen? Aber dabei, unabhängig von den Wünschen, müssen diese Menschen auch natürlich in der Lage sein, vieles zu lernen. Natürlich müssen die Menschen weltoffen sein. Ja, und wenn Sie oder nachdem Sie all diese Menschen gewonnen haben, in unser Projekt können wir ein passendes Produkt für Sie auswählen. Evo Rich als Marketplace wurde ausgewählt, weil es eben dort Möglichkeiten gibt, die Menschen mit Informationen auszustatten. Wir haben zum Beispiel eine interaktive Präsentation iDesight. Dort können Sie selbstständig Präsentationen erstellen. Sie können Webinare durchführen. Wenn Sie noch nicht wissen, wie das geht, sollten Sie Ihren übergeordneten Partner einladen. Da bekommen Sie Hilfe von. Und natürlich können Sie auch Ihre potenziellen Kunden zu Geschäftswebinaren einladen. Sie müssen Ihnen helfen, sich registrieren zu lassen, um ein bestes Produkt für Sie, für Ihre Bedürfnisse auszuwählen. Dafür brauchen Sie aber natürlich alle Informationen. Und dann wiederholen Sie sämtliche Schritte von eins bis vier. Und wissen Sie, das solltet ihr tun, mindestens 21 Tage lang. Denn, es ist mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen, wenn Sie etwas 21 Tage wiederholen, wird das zu einer Gewohnheit. Wenn Sie etwas wiederholen, dann können Sie nicht mehr aufgehalten werden. Sie bauen ein massives, ein großes Business auf. Aber natürlich, Zeit muss investiert werden. Also die Schritte müssen vorgenommen werden. wie ich früher erwähnte. Vielleicht fragen Sie sich selber, ja, wo finde ich diese Menschen? Wo suche ich sie danach? Ich kann meine Erfahrungen Ihnen mitteilen, wie ich das Business angefangen habe. Im Jahr 2017 habe ich allen erzählt, was ich mache. Meinen Freunden, meiner Familie. Ich wusste damals nicht, wie ich das richtig tue. Aber die allermeisten haben mich nicht ernst genommen. Ich war für sie eine Mama. Ich war für sie Frisurin. Ich habe in einem Friseursalon gearbeitet und alle haben sich gedacht, ach, warum sollen wir auf sie hören? Dann habe ich angefangen, Menschen im Internet zu suchen. Ich habe verschiedene Events besucht. Ich lebte damals in London und als ich zum Beispiel im Taxi fuhr oder wenn ich draußen essen war, sorgte ich für Kontakte mit Menschen. Wenn sie energiegeladen sind, wenn sie zufrieden sind oder wenn von ihnen die positive Energie hervorgeht, achten die Menschen einfach auf sie. Glauben sie, Menschen, die immer nach Möglichkeiten suchen, sind sehr zielgerichtet. Das ist wirklich wahr. Als ich angefangen habe mit meinem MLC-Business, mit meinem Aufbau der eigenen Organisation, musste ich feststellen, dass alle Menschen, die in mein Netzwerk gekommen sind, einfach durch Präsentationen gekommen sind. Ich habe in Facebook viel gepostet, in sonstigen Netzwerken. Ich habe Kommentare abgegeben. Meine Posts wurden kommentiert. So habe ich über meine Pläne die ganze Welt informiert. So kamen die Menschen auf mich zu. Und insgesamt, wenn sie zunächst Menschen kontaktieren, müssen sie etwas über diese Menschen erfahren. Also ein bisschen plaudern, ein bisschen erfragen, was für die Menschen relevant ist, was sie tatsächlich interessiert und, und, und. Und außerdem haben wir jetzt ein ganz gelungenes Instrument zur Anwandlung von Geschäftskontakten, zum Beispiel ID DIVA oder die DIVA-Card. Und das Wesentliche ist, dass man die Bedürfnisse ihres potenziellen Partners versteht. Schauen wir uns die nächste Seite an. Ich würde die Veranstalter bitten, dass sie das Video erstatten. Dieses Video ermöglicht es Ihnen, zu verstehen, wie das Geschäftsmodell MLCI funktioniert. Und dann möchte ich Ihnen einiges noch sagen nach dem Video. Schauen wir uns das an. Seit Jahren ist Multilevel Crowdinvesting ein starkes Businessinstrument, das bereits Millionen von Menschen genutzt haben, um ihr eigenes Einkommen zu steigern. In diesem Video erklären wir, wie unser Unternehmen Average es erfolgreich implementiert und effektiv genutzt hat, um ständiges Wachstum zu erreichen. Also, was ist Multilevel Crowdinvesting oder in der Fachsprache MLC und warum kann das Referaleinkommen aus MLC das Einkommen aus ihrem Hauptjob mühelos übersteigen? Lassen Sie es uns herausfinden. Wir verwenden MLC als Partnerprogramm, bei dem die Mitglieder in zwei Ränge und acht Level unterteilt sind, je nachdem, wie effektiv das Mitglied arbeitet. Nehmen Sie zum Beispiel Andres Status Konsultant oder Berater. Jeder neue Nutzer aus seinem Partnernetzwerk wird abhängig von seinem Status Einkommen geben. Außerdem bringen neue Nutzer, die ein Mitglied seines Partnernetzwerks heranzieht, ebenfalls Einnahmen. Wir haben sie zur Vereinfachung in Levels eingeteilt. Das erste Level sind diejenigen, die sich über ihren Link registriert haben. Das zweite Level ist eine Person, die sich über den Link der Person aus dem ersten Level registriert hat. Das dritte Level eine Person, die sich über den Link der Person aus dem zweiten Level registriert hat. Und so weiter. Die Levels werden in Linien angeordnet, die bei den von Ihnen herangezogenen Nutzern des ersten Levels beginnen. Vergleichen wir drei Situationen. Im ersten Fall hat Andres zwei Mitglieder des Partnernetzwerks auf jedem Level. Im zweiten Level drei, im dritten Level fünf, während es insgesamt sechs Levels gibt. Im ersten Fall sind es 126 Personen, die in seinem Partnernetzwerk beteiligt sind. Im zweiten Fall 1092, im dritten Fall 1930. Jeder Kauf durch ein Mitglied aus dem Partnernetzwerk gibt ihm Dividenden, unabhängig von dem Andres Status und des Partnerlevels. Wenn jeder Partner von Andres 1000 Dollar ausgibt, verdient er im ersten Fall 5040 Dollar, im zweiten Fall 42.200 Dollar und im dritten Fall 752.400 Dollar. Ränge und Status sind die Stufen unseres Unternehmens. Wenn Sie bestimmte Bedingungen erfüllen, steigen Sie auf und erhalten mehr und mehr Möglichkeiten. Um den Rang zu erhöhen, müssen Sie verifiziert werden und persönliche Käufer von Average-Produkten in Höhe von 10 Unit tätigen. Um Ihren Status zu erhöhen, müssen Sie neue Nutzer anziehen und Sie ermutigen, neue Level zu erreichen. Jeder neue Rang oder Status erhöht Ihr Einkommen aus dem Partnernetzwerk. Wenn zum Beispiel für den Rang-Nutzer ein Mitglied des zweiten Levels Ihres Partnernetzwerks Ihnen 3% seines Einkommens zugesteht, beträgt diese Zahl für einen Konsultanten 8%. So einfach ist das. Man muss es nur richtig erklären. Wenn Sie bereit sind, Ihr passives Einkommen zu erfolgen, schreiben Sie bitte ein Pluszeichen in den Chat, wenn Ihnen plausibel ist, wie das MLC-Modell funktioniert. Und lassen Sie mich bitte im Chat wissen, ob tatsächlich alles bei Ihnen angekommen ist. Also schreiben Sie einmal zwei Pluszeichen, wenn Sie ein solches Business mit Average gemeinsam aufbauen können. Es gibt ja tatsächlich nichts Kompliziertes. Jetzt sprechen wir nun über die Karriereleiter von Average. Sie haben wohl dem Video entnehmen können. Es ist alles die Frage der Duplizierung. Als ich das Business anfing, brauchte ich etwas Zeit, um zu verstehen, wie man all das Geld verdienen kann, wie man diesen Aufstieg per Karriereleiter erreicht. Nachdem ich verstanden habe, dass die Duplizierung und die Motivation meiner Teammitglieder ganz gut funktioniert, ganz gut funktioniert, automatisiert wird, haben Sie mich einfach wiederholt. Und das hat gut funktioniert. Das Netzwerk-Business beharrt auf Duplikation. Wenn Sie den Wert und die Wertigkeit der Duplizierung erkennen, wird alles viel einfacher sein. Das Einzige, was Sie tun müssen, Sie müssen den Betrag auswählen, den Sie gern verdienen möchten. Und Sie erreichen diese Ebene, setzen sich ein nächstes Ziel. Und mein erstes Ziel war zum Beispiel der Rang eines Konsultanten. Ich zeige Ihnen, warum. Natürlich will ich Präsident werden, denn Sie können hier der Datei entnehmen. Der Präsident verdient viel Geld, insbesondere für heutige Begriffe. Natürlich muss einiges geschehen, damit Sie zum Agent aufsteigen. Also Sie müssen Partner haben, Sie müssen Produkte erwerben. Und außerdem haben wir noch Global Unit B. Das heißt, Sie persönlich kaufen Produkte im Wert von mindestens 200 Units. Und Sie haben noch eine erste untergeordnete Linie, zwei Partner. Und jeder der Partner hat einen Kunden. Sobald Sie zum Agenten aufsteigen, Sie verdienen in der ersten Linie acht Prozent in der zweiten Ebene, sieben Prozent und so weiter und so fort. Nächste Seite bitte. Aber wenn Sie möchten, wenn Sie wollen, ein großes Geschäft aufbauen, dann müssen Sie den Rang eines Konsultanten im Visier haben. Das kann natürlich schwerer, komplizierter ausfallen. Aber sobald Sie diese Ebene erreichen, wird es für Sie viel einfacher sein, die nächsthöheren Ebenen zu erreichen. Ihr Mindesteinkauf muss 500 Dollar betragen. Das ist der Mindestbetrag für einen Konsultanten. Und das Programm Eversend läuft ja seit praktisch drei Wochen. Wir haben hier Eversend-Pakete. Wir haben verschiedene Produkte, die diesem Paket, zu diesem Paket gehören. Und Sie empfehlen das den weiteren Menschen. Sie tun das selber. Sie wiederholen sie. Wer möchte gerne Konsultant werden? Schreiben Sie bitte drei Pluszeichen, wenn Sie Konsultant werden möchten. Vielleicht sind Sie schon Konsultant. Wenn Sie schon Konsultant sind, dann ist Ihr nächster Schritt der zum Manager. Und so weiter und so fort. Meine Frage richtet sich an alle. Sind Sie bereit, Ihr Leben unter Kontrolle zu halten? Wären Sie bereit, die Freiheit der Wahl zu genießen, aber dabei auch die Leben anderer Menschen zu beeinflussen? Denn wissen Sie, dieses Business handelt auch davon, wie man anderen Menschen hilft. Wenn man anderen Menschen hilft, dann bekommen Sie das in gleicher Weise zurück. Denn die Menschen um uns herum werden glücklich. Und davon werden wir auch selber glücklich. Die nächste Seite. Was muss nun geschehen? Was muss nun passieren? Wir müssen einfach uns an die Arbeit machen. Wir müssen damit beginnen, dass wir diese Schritte umsetzen. 2014, 2017, als ich angefangen habe, dieses Business nach vorne zu bringen, hatten wir gar nicht so viele Verteilungsmaterialien. Ich habe alles selber gemacht. Präsentationen. Ich musste aus meinen eigenen Fehlern lernen. Wir hatten damals nicht so viele Trainings. Und heute werden so viele Trainings angeboten von unserem System Avery. Sie können sich unterschiedlichste aussuchen. Wir haben hier zum Beispiel das Training Partner für eine Million Dollar oder ein millionenschwerer Partner. Wir haben hier Start MLCE. Wir haben hier verschiedene Trainings, die Sie gern belegen können. Aber das Wichtige, wenn Sie anfangen zu lernen, erwerben Sie nicht nur einfach Kenntnisse, sondern Sie werden aufgefordert, diese Kenntnisse in die praktische Komponente umzusetzen. Ich würde allen empfehlen, millionenschwerer Partner, MLCE Pro und so weiter und so fort, alles, was wir in unserem Leben machen. Dafür müssen wir einen Traum haben. Dafür müssen wir ein Ziel haben. Und diese Basistrainings helfen Ihnen dabei, alles zu verstehen, alles bei Null zu starten. Sie entwickeln eine Collage Ihres Traumes. Sie entwickeln in sich das Gefühl, bestimmte Ergebnisse erreichen zu können, dass Sie tatsächlich nicht von Ihrem Weg abweichen. Natürlich haben wir verschiedene Angebote für Sie parat, denn wir wollen Menschen helfen, dass sie in diesem Business sich schneller entwickeln. Deshalb bietet Ihnen Average Marketplace unikale, einmalige Möglichkeiten an. Wenn Sie es neu sind beim Unternehmen, können Sie von verschiedensten Produkten profitieren. Wir haben ein Paket, das nennt sich Synergie des Erfolgs. Sie können sich dafür entscheiden und Sie bekommen das sogar mit einer Vergünstigung, mit einem Rabatt. Das heißt, Sie können schon damit beginnen, dass Sie lernen, wie man Privatinvestor wird. Sie erwerden Kurse für private Investoren von der Akademie für Privatinvestoren, dadurch, dass Sie Grundlagen des Businesses erlernen. Und außerdem erfahren Sie noch, wie man Geld vermehrt. Können Sie sich noch erinnern an die Internetseite mit Robert Kiyosaki? Da hatten wir eine besondere Gruppe auf dieser Abbildung. Investoren und Geschäftsleute, Sie lernen, wie man so viel wie möglich Einnahmequellen bekommt. Und hierzu gehört natürlich noch das Spieltraining Genie der Finanzen. Dieses Training ermöglicht es Ihnen, dass Sie MLCI Business starten. Hier haben wir zwei Pakete Synergie des Erfolgs. Das erste Paket nennt sich Standard und Sie können sich für dieses Paket entscheiden. Wie ich früher sagte, gehört dazu das Spiel Genie der Finanzen. Der ursprüngliche Preis beträgt, der reguläre Preis beträgt 525 Units. Darüber hinaus haben wir noch das Training Millionen Dollar Partner und die acht Regeln für einen Privatinvestor. Hätten Sie diese Produkte, diese Trainings vereinzelt gekauft, hätten Sie dafür 775 Units ausgegeben. Wir wollen aber, dass diese Trainings für Sie wirtschaftlich zugänglich sind, erschwinglich sind. Und wissen Sie, ich habe noch mehr bezahlt. Nicht den Betrag hier, sondern viel mehr. Und eines der teuersten Trainings, das ich mir gegönnt habe, kostet es 10.000 Dollar. Nicht in unserem Unternehmen allerdings. Das Schöne hier, wenn Sie diese Produkte im Gesamtpaket kaufen, zahlen Sie nur 260 Units. Vielen Dank den Veranstaltern dafür. Sie können sich hier alle Details anschauen. Wenn Sie aber ernsthaft an die Sache herangehen und wenn Sie im MLC Business richtig ordentlich starten wollen, dann wird für Sie optimal das Paket Premium sein. Neben dem Spiel Genie der Finanzen und MLC Pro Training erhalten Sie noch die Links zum Spiel Genie der Finanzen und zur Ausbildung von qualifizierten Moderatoren. Sie erhalten das Training MLC Pro zweimal in der Woche. Sie bekommen Hausaufgaben. Sie erfahren mehr über die Investitionen. Sie erhalten zusätzliche Informationen. Aber das Wesentliche nach dem Erhalt des Trainings MLC Pro erhalten Sie die entsprechenden Zertifikate und natürlich die acht Regeln für Privatinvestoren. Für all die Pakete hätten wir 3.525 Units bezahlt. Aber da wir uns um unsere Kundenpartner kümmern, bekommen Sie einen speziellen Rabatt von 63%. Und der heute gültige Preis beträgt 1.300 Units. Sie sparen dabei 2.225 Units. Ich möchte Sie an Folgendes noch erinnern. Wenn Sie am Anfang der Businessaktivitäten stehst, kann das schrecklich erscheinen. Die Kommunikation mit Menschen ist ungewöhnlich. Viele Ängste kommen vor. Aber wenn Sie einen großen Traum vor sich haben, wenn Sie tatsächlich eine freie Wahl in Ihrem Leben tun wollen, ist es eine Chance, die einzigartig ist. Die kann man nicht verpassen. Und davon handelt meine Präsentation. Wir leben in einer Welt der großen Veränderungen. Viele Menschen verlieren ihre Jobs, verlieren ihre Einkünfte. Und hier können Sie einiges tun. Und wichtig ist, Sie erzählen über diese Möglichkeit, Ihren Freunden, Ihren Familien. Wissen Sie, ich bin dankbar, diesem Unternehmen gegenüber immer, für das viele, das mir dieses Unternehmen gegeben hat. Natürlich gab es zwischendurch auch komplizierte, schwierige Zeiten. Aber das MLC-Business hat mir einiges beigebracht. Das hat mir beigebracht, dass man stark sein kann. Das hat mir beigebracht, dass man Acht geben kann und soll auf persönliche Entwicklungen. Denn die herkömmlichen Businesses bringen uns das nicht bei. Alles, was Sie bei MLC-Business lernen, können Sie auch in anderen Bereichen Ihres Lebens anwenden. Also lasst uns das machen. Und ich hoffe, dass meine Präsentation Ihnen entsprochen hat. Und lasst uns etwas besser machen. Und lasst uns etwas mehr tun. Vielen Dank Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Lili, du hast das Wort. Ja, noch einmal vielen herzlichen Dank an Alona. Es ist sehr gut, dass wir alle hier zugegen sind, dass wir die Möglichkeit haben, uns Alona anzuhören. Tatsächlich konnten wir Ihre Geschichte kennenlernen. Wir konnten verstehen, wie sie sich entwickelt hat und wie sie zu ihrem aktuellen Erfolg gekommen ist. Und es ist sehr wichtig, dass wir alle eine positive Stimmung haben. Und außerdem müssen wir eine besondere Acht geben auf Disziplin, damit wir wirklich von Tag zu Tag arbeiten, lernen, gute Gewohnheiten in uns entwickeln innerhalb von 21 Tagen. Natürlich müssen wir von vielen Instrumenten Gebrauch machen, um das eigene Business zu entwickeln. Wir müssen verschiedene Kurse erwerben, verschiedene Schulungen, um unsere Kenntnisse zu verbessern, um das zu erreichen, was wir nun einmal wollen. Wie Sie sehen, bin ich selber absolut glücklich, denn ich bin Mitglied unserer gigantischen Gemeinschaft Average. Ich bin überglücklich, denn ich werde jetzt unterstützt von vielen anderen, von meiner Umgebung. Und ich bin total glücklich, dass mir die Möglichkeit gewährt wurde, den Menschen die Vorteile vorzustellen, die sie erhalten können, wenn sie sich unserer Gemeinschaft anschließen. Sie müssen und wir müssen alle Positives sehen. Wir müssen auf diese Welt positiv schauen. Und jetzt möchte ich das Mikrofon weiterreichen an den nächsten Redner, dass er uns nun die aktuellsten, beziehungsweise Rednerin, dass sie uns die aktuellsten, die jüngsten Nachrichten des Unternehmens vorstellt. Diese Neuigkeiten, diese Nachrichten geben Ihnen die Chance, sich besser zu entwickeln, denn nur das gute Verständnis für das Produkt hilft Ihnen dabei, es effizient zu nutzen. Ich habe erst neulich diesen Leader unseres Unternehmens kennengelernt. Das ist eine Frau, sie hat ganz große Erfolge in unserer Gemeinschaft zu verzeichnen. Und ich habe tatsächlich positive Emotionen von ihr ausgehend empfunden, gespürt. Und nun möchte ich das Mikrofon an Brianna Green weitergeben. Hallo, hallo, ich grüße alle. Ja, jetzt sehe ich die Kamera. Schönen Dank, Lili, für diese Vorstellung, wie Sie der Datei der Seite, der Folie entnehmen können. Dann heiße ich Brianna Green. Ich möchte einige Worte zur Person sagen und ich möchte Sie aufklären, warum ich angefangen habe, mein Business bei Average aufzubauen. Ich war 25, als ich hier im Unternehmen anfing. Und wissen Sie, das war eine tolle Zeit. Und ich wollte so sehr viele Dinge erreichen. Und dann verstand ich im Alter von etwas über 20, dass ich es wohl nicht schaffen werde, ein Haus zu kaufen auf herkömmliche Art und Weise. Also ich dachte mir, aha, jetzt musst du etwas anderes dir einfallen lassen. Denn was ich um mich herum sah, hat überhaupt nicht dazu beigetragen, dass ich etwas erwerben konnte. Die zwei tollen Damen haben mich aufgeklärt über Average und ich habe dort einen großen Wert gesehen. Ich habe verstanden, ich kann so vielen Menschen helfen. Und wissen Sie, dank dem, was ich in der Akademie für Privatinvestoren gelernt habe und dank den Achträgen für private Investoren, habe ich für mich viele Einkommensquellen gesichert. Sie wurden für mich tatsächlich eine Rettung. Und wissen Sie, ich empfehle Ihnen sehr, das Kundenkonto aufzuschlagen. Wissen Sie, in unserem Unternehmen haben wir ideale Lösungen. Auf der Seite der Akademie können Sie jetzt mit der Bankkarte den Unterricht bezahlen. Sie können Waren und Dienstleistungen bezahlen über den Service Quantum Clearance. Und dieses Zahlverfahren ist in allen Ländern möglich, bis auf die GOS-Länder. Einbezahlte, das Ganze ganz schnell. Das dauert zwischen einer und fünf Minuten. Das nächste, Marketplace Average. Das ist das, was einfach unglaublich toll ist. Das möchte ich gerne Ihnen detaillierter vorstellen. Das nächste Bild bitte. Also der Grundkurs Einführung in die Welt der Parfümerie. Was gehört zu diesem Set? Es ist ein ganz tolles Projekt. Und wissen Sie, als ich die Infos gesehen habe, dass dieses Projekt demnächst startet, dass wir Preiseset bekommen, um andere darüber aufzuklären, hat mich das Ganze sehr fasziniert. Im Rahmen des Grundkurses kann man erfahren über die Geschichte der Parfümerie, über den Aufbau der Parfümerindustrie. Sie lernen das entsprechende Glossar kennen. Sie lernen, wie man diese Ware am besten vertreibt. Sie erhalten ein Präsentationsset Eversand. Sie lernen das Team kennen und den Parfümer Ramon Behar kennen. Später erfahren Sie, wie man die Kunden nach dem Verkauf begleitet. Sie nehmen Teil an Online-Verköstigungen, an Online-Treffen. Und am Schluss können Sie die Prüfung ablegen und Sie können ein Zertifikat erlangen über den Abschluss der Basisausbildung bei Eversand. Der Preis beträgt 200 Units und der Unterricht, die zweite Runde startete am 2. März 2022. Und die dritte Runde wird anlaufen am 22. März dieses Jahres. Und denken Sie einfach dran, die Anträge werden angenommen ausschließlich bis 19.30 Uhr Moskauer Zeit am 22. März dieses Jahres. Das Ausbildungsformat sieht ein Online-Training vor mit Zugang zu der entsprechenden Aufnahme. Und es gibt noch Unterstützung per Telegram. Der Gesamtunterricht dauert einen Monat lang. Und wir haben noch einen Kurs für Fortgeschrittene. Er nennt sich Spezialist für Parfüm-Geschäft. Was gehört noch zusätzlich dazu? Das sind die Themen des Grundkurses zum einen. Und hinzu kommt noch das Programm des Kurses für Fortgeschrittene. Spezialist für Parfüm-Business. Beherrschung eines neuen Berufes. Technologie zur Bildung von Parfümschränken. Arbeit mit Parfüm-Blogs und Communities. Zertifizierung für die Arbeit mit Parfümerien und entsprechenden Ketten. Darüber hinaus erfahren Sie über den persönlichen Markenaufbau online und offline. Es werden auch die Hausaufgaben kontrolliert. Vorgesehen sind Teilnahmen an Online-Proben. 15 Online-Treffen sind geplant. Und die Prüfung hierzu. Und das wird gekrönt mit der Vergabe von Eversend Parfüm-Akademie-Zertifikaten. Spezialist für Parfüm-Geschäft lautet das Zertifikat. Der Preis dieses Kurses bei einmaliger Zahlung beträgt 702 Units. Oder es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Sie können 300 Units drei Monate lang bezahlen. So kommen Sie auf 900 Units. Also zwei Runden. Die erste oder die zweite Runde ist angelaufen am 2. März. Und die dritte wird anlaufen am 22. März dieses Jahres. Wobei dieselben Bedienungen gelten. Das Ausbildungsformat ist dasselbe. Online-Training Zugang zu geschlossenen Videos und Unterstützung in einer speziellen Telegram-Gruppe. Die Dauer der Schulung in diesem Fall beträgt drei Monate. Die nächste Seite bitte. Dann haben wir noch einen Kurs für Profis. Profis-Klub der Parfümerie nennt sich das. Was gehört nun zu diesem Paket? Alle Themen des Grundkurses. Das Programm des vorgeschrittenen Kurses des vorherigen, das ich soeben erwähnt habe. Parfüm-Business-Spezialist und der eigentliche Parfüm-Club und sein Programm. Sie erhalten individuelle Beratungen. Sie nehmen teil an Online-Verkostigungen. Zwölf Monate lang. Es gibt individuelles Feedback. Treffen mit berühmten Personen. 31 Online-Sitzungen. Prüfung und Verleihung des Zertifikatspezialist für Parfüm-Geschäft. Und wie Sie sehen, beläuft sich der Preis des Kurses auf 1500 Units, wenn Sie einmalig zahlen. Oder Sie können das in Form einer Ratenzahlung organisieren, auf fünf Monate verteilt und Sie zahlen monatlich 390. Der Gesamtbetrag beträgt 1950. Der zweite Gang, die zweite Runde ist angelaufen am 2. März und der dritte wird anlaufen am 22. März dieses Jahres. Sie erhalten Zugang zu geschlossenen Videos. Sie bekommen Förderung, Unterstützung in einer speziellen Telegram-Gruppe und der Kurs dauert zwölf Monate lang. Investitionsberater. Das ist ein ganz tolles Angebot. Und wissen Sie, also ich denke, ich werde das Ganze jetzt nicht vorlesen, nicht diese ganzen Themen. Sie können das gerne selber tun, aber ich möchte sagen, in erster Linie lernen Sie grundsätzlich kennen, wie Investitionsconsulting aufgebaut ist. Darüber hinaus lernen Sie noch das, wie man zusätzliches Einkommen sich sichert zwischen 100 und 300 Prozent im Vergleich zu dem jetzigen Einkommen. Das muss studiert werden, denn ich persönlich habe sehr viel verstanden, also wie man das Ganze umsetzen kann, wie man im eigenen Leben sowas verarbeitet, sodass man auch zu den Ergebnissen kommt. Und Sie lernen ganz tolle Informationen kennen und dann sehen Sie die Ergebnisse in Ihrem Leben fast gleich die zehn besten Investitionsmärkte für die Arbeit mit Ihren potenziellen Kunden. Wissen Sie, da sind einige, nur einige wenige Themen aus der Themenauswahl, die im Rahmen des Kurses Investitionsberater durchgenommen werden. Also, das muss man zeigen. Und wenn Ihre Kunden das wissen wollen, sollten Sie das auch thematisieren. Es könnte übrigens noch ein Thema sein für die Erstellung Ihres geschäftlichen Plans für das Leben für die kommenden 50 Jahre. Ich habe das für mich schon gemacht. Trotz meines jungen Alters habe ich mein Leben ganz streng verplant, weil ich weiß, wie ich es verleben möchte. Der Preis dieses Kurses beträgt 1.250 Juni und wir gehen über zu der nächsten Seite. Aber, aber, es gibt ein paar spezielle Möglichkeiten. Es gibt eine besondere Möglichkeit. Investkonsultant plus Profi-Investor der ersten Kategorie. Das ist ein einzigartiges Angebot, das beide Programme in sich vereint. Investkonsultant, Investkonsultant plus Profi-Investor, dritter, zweiter und erste Kategorien. Wie Sie sehen, lautet der Preis hier 2.550 Juni. Programminvestitionskonsultant und Profi-Investor der ersten Kategorie. sind mit an Bord und daraus ergibt sich der Preis 2.550 Juni. Wenn Sie das aber im Paket erwerben, sparen Sie ungefähr 49 Prozent. Und das ist eine tolle, unglaublich gute Sparleistung. Also Sie kommen auf den Gesamtpreis von nur 1.300 Dollar. Das nächste, das Spiel, Genie der Finanzen, qualifizierter Host oder Moderator. Mir gefällt das Spiel so gut. Ich liebe es tatsächlich. Wenn Sie also ein Standardpaket erwerben, was gehört dazu? Was gehört zum Standardpaket dieses Trainings? Der spezielle Kurstraining für die Moderatorin, Genie der Finanzen. Tisch Version des Spiels mit Dienstleistungen eines Moderators. Man muss einen Zertifizierungstest erfolgreich bestehen. Und da wird für Sie der Verkaufstrichter angeschlossen für Anwerbung von Mitgliedern. Das bietet sich nur den zertifizierten Moderatoren an. Sie können dadurch ganz konstant neue Kunden erwerben. Der Preis beträgt 650 Juni. Aber denken Sie daran, dass gegebenenfalls keine Schachtel mit Spiel mitgegeben wird. Diejenigen, die sich dafür interessieren, zusätzliches Geld, neues Geld zu verdienen, sowie die Ideen der Finanzkompetenz den Massen beizubringen, brauchen natürlich das Spiel Genie der Finanzen. Und achten Sie bitte auch noch auf Folgendes. Die Kompi des Spiels Genie der Finanzen ist in diesem Tarif nicht enthalten. Wenn Sie noch eine Tischversion bekommen möchten, sollten Sie ein Premium-Angebot in Anspruch nehmen. Das nächste bitte. Premium-Paket. Was wird da beinhaltet? Das Spiel Genie der Finanzen. Sie erhalten eine Tasche mit Logo und noch einen speziellen Kurs. Training für die Moderatoren des Spiels Genie der Finanzen. Und Sie erhalten darüber hinaus noch ein Zertifikat eines Moderators. Und wissen Sie, dieses Spiel ist sehr, sehr wichtig. Und es gefällt mir sehr, wenn wir zusammenkommen mit verschiedensten Menschen und Spielen. Nachdem Sie das einmal gespielt haben, sind wir uns einig, dass man so viel Neues dadurch erfährt. Und das Beste hier ist die Tatsache, dass du hier alles ausprobieren kannst, ohne Verbindung mit Realität zu verlieren. Du wirst nicht das echte Geld verlieren. Du kannst hier einfach modellieren lassen, wie die eine oder die andere Entscheidung auf deine Situation Einfluss nimmt. Und mir gefällt sehr, wie man das Ganze regelt, wie man das Ganze spielt und, und, und. Also um nachher die Lehren im eigenen Leben umsetzen zu können. Das ist alles richtig und alles toll. Und Sie wissen wohl, Sie können sich einfach vorstellen, wie stark Sie sich entwickeln können, wie sehr Sie Ihr Geld vermehren können. Die nächste Seite bitte. Jetzt möchte ich Ihnen ein Video vorstellen. Schauen wir uns das mal an. Das ist das, was Sie mir jetzt. Wir haben uns auch ein Video gemacht. Aber wir haben eine neue Leistung für die Evo-Leftin. Wir werden die Beispielen über die Glauben der Regelung gewinnen und die Laufenden gewinnen. Und wir werden die Delfin-Leftin-Leftin-Leftin-Leftin für alle, die eine der Delfin-Leftin-Leftin-Leftin-Leftin-Leftin-Leftin-Leftin-Leftin-Leftin-Leftin-Leftin-Leftin-Leftin-Leftin-Leftin. Anfänger will die bestehen, oder die Enten-Leftin-Leftin-Leftin-Leftin-Leftin-Leftin. Leader managers will be given branded accessories up to a certain price. A handbag for ladies, a wallet for gentlemen, from the prestigious designers Louis Vuitton or Gucci. By the way, you'll get to choose the model yourselves. It's only fair. Top managers will get a magical stay in an all-in hotel in the enchanting Maldives. Vice presidents can expect a car. They can choose between Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series, or Audi A6. Presidents will get a luxury apartment, and if they have two presidents in the same line, they'll also get a deluxe car from Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce, Bentley, or Porsche. To top it off, each leader who reconfirms their status will be solemnly awarded a corporate pin and a certificate confirming and emphasizing their status. Don't miss out on your chance to get the best with Evo Rich. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Lili, du hast das Wort. Und ich wünsche Ihnen allen all das Beste. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Und an alle möchte ich mich wenden mit dem Aufruf. Es ist eine gute Chance für Sie, in das Business einzusteigen. Wir haben ganz viele Kurse, die helfen können. Ich habe selber viele Kurse belegt. Und das Spielgenie der Finanzen ist einfach genial. Hilft uns dabei, Fehler zu vermeiden. Fehler im echten Leben. Und lasst uns versuchen, diese Spiele zu spielen. Ich bin auch sehr froh, dass ich diesen Kurs in Dubai abschließen durfte. Ich habe dort auch meine Fehler gezeigt bekommen. Ich habe meine Fehler gesehen. Also ich habe Erfahrungen für das echte Leben mitgenommen. Ich rate Ihnen sehr, dass Sie sich anmelden zu diesen Kursen. Und ich hoffe, das hat tatsächlich gut gefallen. Also ich denke, wir werden in diesem Jahr ganz viele Programme haben werden. Lasst uns unsere Ränge, Rangpositionen bestätigen. Sogar vielleicht verbessern. Das ist natürlich etwas, was wir auch mit anderen Menschen teilen können. Wir können das anderen Menschen mitteilen, um ihnen neue Möglichkeiten in die Hand zu geben. Ich denke, wir müssen von erfolgreichen Menschen lernen. Und heute können wir uns mit Liedern treffen oder konnten wir uns mit Liedern treffen, die wir schon in Dubai gesehen haben. Also ich persönlich bin sehr stolz darauf, mit einigen großen Liedern gearbeitet zu haben. Und Armand war auch dabei. Und wir werden heute von ihm erfahren, was er für Geheimnisse hat, wie er zu seinen Erfolgen kommen konnte. Ich denke, das ist der Mensch, der uns ganz, ganz viel über die Werte erzählt. Also lasst uns unseren Lieder grüßen aus Indien. Das ist. Also ich möchte seinen Namen richtig aussprechen. Also er wird uns ganz große Kenntnisse vermitteln. Wir warten. Nee, Ravikumar kommt nicht. Ja, es sieht so aus, dass wir eine Programmänderung haben. Ravikumar kommt nicht. Also es ist eine kleine technische Ungereimtheit. Wir haben keine Möglichkeit, Ravikumar zu sehen. Es ist ein sehr erfolgreicher Mensch, der uns vieles erzählen könnte. Ich glaube, wir werden ihn beim nächsten Mal erleben. Wir werden, wir würden vieles sehen können. Also wir runden unsere Veranstaltung ab. Aber in Zukunft haben wir ganz viele interessante Webinare. Und in der nächsten Woche haben wir ein ganz besonderes Anliegen, nämlich das geschlossene Treffen. Und dort erleben wir ganz viele wichtige Neuigkeiten. Also vergessen Sie nicht, verpassen Sie es nicht, bei diesem Webinar zu sein. Und wir werden also dort auf Sie warten. Das ist eines der wichtigsten Ereignisse unserer Firmengemeinschaft. Dort werden wir die wichtigsten Neuigkeiten erleben, erfahren über unsere Strategie, über die Selbstentfaltung und die jüngsten Nachrichten von den direkten Liedern der Gemeinschaft, von den übergeordneten Personen. Und vergessen Sie nicht, jeden Samstag haben wir ganz wichtige Webinare. Am 26. haben wir zum Beispiel das geschlossene Webinar. Und ich möchte ein weiteres Mal Ihnen danken, dafür, dass Sie mir uns Zeit geschenkt haben. Und vielen Dank auch für diese guten Nachrichten. Wir haben jetzt erfahren, wie man MLC-Geschäftsmann wird. Wir haben ganz viele wichtige Informationen erhalten. Und jetzt lasst uns daran arbeiten. Was, wie kann man das, wie kann man das erreichen? Also vielen Dank für Ihr Kommen, für Ihre Teilnahme an diesem Webinar. Lasst uns gemeinsam diese Welt besser machen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Samstag. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.